Allein das Handgelenk, was er da in die Kamera gehalten hat, waren locker über 15k. Ich würde sagen, wir sliden hier in ein Video rein, was wir uns schon häufiger anschauen wollten, aber nie dazu gekommen sind. Mittlerweile sind schon zwei Wochen vergangen, aber nichtsdestotrotz interessiert mich natürlich, was unser Kollege SorryNotFame im Jahre 2021 sich für Pieces gegönnt hat. Wir wissen, er und sein Bruder fahren schon eine andere Schiene, als wir uns vielleicht sonst angucken, aber dennoch sehr, sehr, sehr nice. Gefällt mir auch immer mal wieder, uns auch anzugucken als selbsternannte Fashion-Polizei. Was es sonst noch für andere Klamotten gibt, beziehungsweise gewisse Stile, gerade Klixi halt ziemlich so avant-garde-lastig in dieser CCP-Schiene drin, was wir ja hier in Deutschland mittlerweile auch schon häufiger haben, aber ich glaube gerade so in diesem YouTube-Kopf sollen wir es eher weniger sehen. Deswegen, das ist gut. Bis dann rein. So, zu einem sehr, sehr großen Thema, das mich eigentlich seit längerer Zeit begleitet, beziehungsweise ich glaube, seit ich das Video drüber gemacht habe, war das Thema zu, was gibt es für gute Basic-Hoodies. Ich möchte das jetzt gar nicht so krass ausweiten, beziehungsweise so lange drüber reden. Der eine oder andere hat ja mitbekommen, dass ich damals auf die Nu-In-Hoodies geschwört habe. Wie? Ich dachte, Gilden-Hoodies? Ich bin ein Zehner. Hier ist jetzt einer von den alten Pieces, beziehungsweise von denen, die nicht mehr produziert werden, leider. Ich stehe mit Nu-In, beziehungsweise stand mit Nu-In im Kontakt und meinte so, yo, mich fragen immer wieder Leute, ob es diese Hoodies noch gibt, ob ich Links dazu habe, wie die fitten, alles Mögliche dazu und die meinten so, ja, nee, sorry, die sind halt out of stock, beziehungsweise werden gar nicht mehr produziert, so und ich hatte überall geguckt. Wichtiger Kommentar hier vom Chat. Hab gehört, Yeezy Gap-Hoodies sollen gute Basics sein. Hat jemand irgendwer ein und kann dazu eine Beurteilung geben, ob die wirklich nice oder trash sind? Es kam jetzt tatsächlich dazu, dass die neue rausgebracht haben. Das hier ist im Endeffekt der neue Hoodie. Man muss dazu sagen, dass super viele Kumpels, vor allem von mir, denen ich die Hoodies empfohlen habe, da der jetzt 100% Cotton ist und der andere nicht, glaube, da ist 3% Polyester noch mit drin. Erste Pieces, Basic Hoodies. Ja, ich glaube, ein Thema, was uns irgendwie alle beschäftigt, was man irgendwie alle, ja, so seinen eigenen Weg finden muss. Ich glaube, weiß nicht, die einen schwören auf Basic Pieces von Heider Ackermann. Die einen sagen, yo, der Gilden reicht mir. Ich glaube, da muss man, äh, da muss man einfach, ja, sich ein bisschen rantesten. Die, die er jetzt am zeigen ist, I don't know, kenne ich nicht. Weiß auch nicht, wie die irgendwie preislich liegen. Aber, Fakt ist auch, jeder von uns braucht, oder was heißt braucht, aber es macht schon Sinn, auch Basic Hoodies zu haben. Gerade bei uns in Deutschland, wo es halt auch öfter mal kälter ist. Plus, ihr wisst, manchmal ist weniger mehr und nicht jeder Hoodie muss irgendwie einen dicken Print drauf haben. Deswegen, ähm, ja, ist das auf jeden Fall ein Thema, wo wir vielleicht sogar ein separates Video mal raushauen müssen. Mit meinen, ähm, Empfehlungen bezüglich Basic Hoodies. Wenn ihr darauf Bock habt, let me know. Dann zum zweiten LPU, ich habe nichts in der Hand. Ihr denkt euch so, hä, ähm, was ist das zweite Latest Pickup? Bei mir war es eigentlich so, also ich möchte euch nur Latest Pickups jetzt mal vorstellen, die für mich so ein Daily Use waren. Ähm, beziehungsweise halt Sachen, die ich auch während Corona genutzt habe, ohne dass ich jetzt sag, ich treffe mich jetzt mit einem Kumpel. Ich ziehe jetzt beispielsweise dieses Hemd an. Ähm, ja, ich hatte ultra lange überlegt, beziehungsweise schon seit Jahren wollte ich mir unbedingt ein Cartier Love Bracet kaufen. Habe mir dann im Endeffekt auch ein Love Bracet gekauft. Ähm, leider... Einfach, einfach ganze Arm Cartier, kann das sein? Überlegt, beziehungsweise... Ach, der maximale Flex hier am Stand. Das war seit Jahren, wollte ich mir unbedingt ein Cartier Love Bracet kaufen. Habe mir dann im Endeffekt... Also wir haben hier eins, zwei, drei, ich glaube vier von den Mopeds hier. Dann haben wir hier den Nagel und noch ein Bracelet. Okay. Deswegen hatte ich mir dann im Endeffekt das Love Bracet gekauft und habe es halt seitdem dran. Ich tue auch meine Trinity Armbänder nicht weg. Also auch an die Leute, die mich immer fragen, so ja, wie das aussieht bezüglich Bändern, gehen die kaputt? Wie sieht das aus bezüglich halt, ja, diesem Gold, Weißgold, Gelbgold, bla bla bla. Ähm, ja, seit ich die habe, habe ich die dran. Man kann die polieren lassen bei Cartier, soweit ich weiß. Das auch, also selbst wenn man duschen, ja, macht ja auch Sinn, gerade das Love Armband, das wird ja wie gesagt zugeschraubt und dann, wenn du duschen gehst, du kannst das ja, also außer du hast halt Bock, so, weiß ich, so 10 Minuten das Ding wieder aufzuschrauben, macht aber keiner. Das heißt, du hast es immer am Start. Egal, ob du schläfst, duschst, weiß ich, im Fitnessstudio bist, das ist immer da. Ja, nein, nein, der Nagel ist schon wilder, weil den kannst du halt immer abmachen. So, dann zu meinem dritten Latest Pickup, war ein Piece, was ich 0,0 bereut habe und wahrscheinlich Cost Per Wear ist mittlerweile bei einem Euro. Ja, vielleicht nicht ganz so krass, aber ich habe mir vor nicht allzu langer Zeit diesen LV Trainer gekauft, das ist eigentlich so mein Go-To, wenn ich irgendwo rausgehe, weil ich, ja, bin jetzt auch, wie der ein oder andere mitbekommen hat, von dieser SAP Schiene ein bisschen weggekommen. LV Trainer? Ja, ja, sag ich gleich was zu? Das war ein Exclusive und, ähm, ja, ist mittlerweile ultra-rare, beziehungsweise eigentlich war ultra-rare, aber jetzt leider durch den Tod von Virgil, was ja jeder mitbekommen hat, gefühlt unauffindbar und Preise sind utopisch in die Höhe gegangen. Okay, ich wusste, dass viel durch den Tod von Virgil wirklich auch in die Höhe gegangen ist, aber dass das selbst so Trainer betrifft, ich meine, ihr wisst ja, mein Paar, was ich habe, ist der Kollege hier und krass, die sind wirklich in die Höhe geschossen, ne? Obwohl, waren immer so hype, what the fuck? Ich sag ehrlich, die LV Trainer, ja, ich gebe euch recht, die sind so ein bisschen played out, also so ein bisschen, gerade hier in Deutschland, in unserer Bubble, wurden ja eine Zeit lang wirklich drauf und runter gezeigt, drauf und runter gerockt. Ich würde das immer auch vom Colorway abhängig machen, zum Beispiel heute noch gefragt worden auf Instagram nach der LV Nike Colab, ne? Und ich sag ehrlich, es gibt da so viele Schuhe, die sind einfach nur Trash. Bro, was ist das für ein Schuh? Sorry, der ist so Müll, so ein Müllschuh. Aber es gibt auch low-key nice Colorways. Der komplett weiße, weiß ich nicht, die kann man halt darauf entspannt machen. Und ich hatte letztens, glaube ich, irgendeinen gelben gesehen. Den hier, den fand ich krass. Ohne Witz, der Colorway ist sick. Sick, sick. Auch hier dieser lila, auch nice. Aber viele, nochmal, der ist so, what the fuck, fast der trashigste. Aber auch da, wie gesagt, auch nochmal jetzt bezogen auf den, es kommt immer auf den Colorway an. Immer, immer, immer. Und mein Favorite, habe ich schon so oft gesagt, das ist der Black on Black aus Wildleder. Ich glaube, den hatte er sogar mal. Oder sein Bruder Chris, ich weiß nicht. Aber ich glaube, irgendwer von denen hatte den. Der Kollege hier. Der ist sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Gibt mir so ein bisschen diese Jordan 4er Black Hat Vibes. Aber mit diesem Extra Flex. Wissen Sie, wie ich meine? Ja, das ist mein Favorite. In meinen Orangenen, ich finde ihn immer noch nice. Aber es ist halt sehr, sehr Sommer. Sehr, sehr Sommerschuh. Also jetzt in dem Fall kannst du den halt nicht rocken. Aber seinen, um das auch nochmal hier, den Bogen nochmal, oder die Kurve zu kriegen. Ich finde ihn cool, wäre nichts für mich. Aber das ist safe für mich, der Sorry Not Fame Sneaker. Oh Gott. Ein oder andere wird vielleicht diesen Colorway kennen. Das war ja eigentlich der 1.0er, der damals mit ein paar anderen Colorways rauskam. Aha, da sehen wir ihn. Das, der hier oben. Das ist er. Das ist er, Freunde. Der und kein anderer. Und ja, so dann zu meinem vierten Latest Pickup. Eigentlich gar nichts Besonderes, sage ich jetzt mal. Ist halt eine ganz normale North Face Weste. Habe ich mir tatsächlich aus dem Grund gekauft, weil wir mal auf Twitch gestreamt haben, ich und Chris. Allzeit. Und da hatten wir Outfits bewertet. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er heißt. Leo, Leon, keine Ahnung, irgendwie sowas glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und er hatte einen Fit mit der Weste an, wo ich da meinte, Junge, bitte schick mir einen Link nachher nach dem Stream. Ich muss diese Weste kaufen. Ist halt, wie gesagt, nichts Besonderes. Ich sage ehrlich, bevor ich mir die Weste hole, kaufe ich mir lieber die von ADR. Aha. Kein richtiger Pufferstoff, sondern eher halt eine Vlies. Ist halt innen komplett gefüttert. Ähm, und ja, wie die genau heißt. Ich finde, ich finde die ehrlich nicht schlecht. Also ohne Witz so als Basic Piece, gerade so wie er es gerade am Tragen ist, hier rechts eingeblendet, kann die kommen. Keine Ahnung, irgendwas. Unter einem Hoodie, ganz entspannt. Ist schon nice. Mit V, Venali, West oder so, keine Ahnung. Also ihr könnt einfach eingeben, wahrscheinlich der North Face Weste oder so, und dann wird die irgendwann kommen. Hat auch nicht viel gekostet, ich glaube so um die 100 Euro. Ähm, und ist halt für mich so ein Go-To. Unter, oh über, sorry Freunde. Also die Weste, sorry, muss man halt schon gezielt in einem Outfit integrieren, weil halt kannst du glaube ich ganz schnell mit auf diese, ich bin Rapper mit Gucci Bag Vibes kommen. Wisst ihr, wie ich meine? Vorsichtig. Diese Weste bitte nicht mit Gucci Taschen kombinieren. Nein, 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 nein. So, dann eigentlich schon zu meinem letzten latest Pickup. Ich habe mich so ein bisschen tatsächlich getrennt von der altbekannten Jack & Jones, Glenn Felix. Die Hose wollte eigentlich ursprünglich Chris kaufen. Chris hatte damals gemeint, so zu Samsa, also dem Laden in München, der CCP führt. Wenn ihr die reinbekommt, bitte meldet euch. Dann sind wir extra wegen der Hose zusammen hingefahren. Ihm hat die Hose nicht gepasst, mir schon. Deswegen dachte ich, komm, mach fertig jetzt. Habt ihr dann ein... Mach ein als gutes Stück. ...ingetütet und ist im Endeffekt. Ja, Freunde, das habe ich ja eingangs schon gesagt, aber finde ich auch nice, dass die Jungs, ja, abseits von diesem Ganzen, der sehr, ähm, Mainstream-Vibe auch immer mal wieder so diese sehr, sehr nischenlastige Avantgarde-Szene irgendwie, ähm, befüttern. Hier jetzt mit einer Hose von CCP muss man halt der Typ für sein. Ich glaube, gerade die Hosen sind etwas, das kann nicht jeder rocken, weil die schon sehr darauf, also, die müssen halt zum Körperbau passen. Ich finde die vom Konzept her mit dem Kontrast-Stitching sehr nice. Aber nochmal, das wäre jetzt keine Hose, die ich mir ziehen würde. Im Endeffekt, ja, wie auch die anderen Pieces, so mein Go-To-Piece, wenn ich eine schwarze Jeans, äh, äh, anziehen möchte. Das war's hier mit dem Mode-Consumum von 2021 vom Sorry Not Fame. Ich glaube, wir haben eine bunte Mischung gesehen an relativ günstigen Sachen, wie zum Beispiel diesen Basic-Hoodies, dann war irgendwie eine No-Face-Weste mit dabei. Aber auch, ja, ich glaube, allein das Handgelenk, was er da in die Kamera gehalten hat, waren locker über 15k. Rein vom Wert her, ähm, schon, schon crazy. Mein Favorite Piece, unabhängig ist vom, auch vom, vom Geld. Ja, doch, war schon, äh, die, 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 die Nail-Armband. Sehe ich mich drin, Freundin, sehe ich mich drin. Sieben, ach, da hole ich mir lieber den hier. 60. Ja, ja. Wenn schon, dann richtig rein, Herr Mann. Crazy. Crazy, crazy. 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 Crazy.